Bitte in Deutsch, Frau Bullock, an Ihre Familie in Germany. Ach Mensch, okay, zu meiner Familie in Deutschland möchte ich gerne sagen, ich liebe euch, ich vermisse euch und ich sehe euch ganz bald. Gute Nacht, geh ins Bett, schlaf gut. Danke. Ach, Mensch, bin ich nervös, weil da drüben auf dem Boden liegt meine Sprache. Okay, in was für großartigen Zeiten wir leben, weil irgendwann war ich mal Kellnerin, dann war ich Putzfrau, dann war ich Diskotänzerin, dann war ich Hundefrisöse. Wer hätte gedacht, dass all diese Berufe mich eines Tages auf diese Bühne führen würden. Aber das ist das beste Beweis dafür, weil das Publikum heutzutage so tolerant ist, dass sogar Leute wie ich eine Chance haben. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, sei originell, Sandra, und das hat mich als Kind total verrückt gemacht, aber jetzt verstehe ich es, weil meine Mutter war ihre Zeit voraus. Und Gott sei Dank hat sie mir das Mentalität vermittelt, bevor sie selbst in andere Welten entschritten ist. Also danke, Dr. Burda, danke. Meine Familie, danke. Caroline, Christina, Gabriella, Barbara, Maxi, geh jetzt ins Bett. Tante Christel, Onkel Heinz, danke. Danke, Ale.